Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu einer Runde, jetzt wollte ich schon sagen, World of Warships, nein, Ghost Recon Breakpoint mit dem Marzio, hallo? Ja, hallo, guten Tag, Abend. Da sind wir wieder. Nach langer Zeit wieder mal. Ja, richtig, 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 richtig. So, ich werde jetzt auf 10.24 hier raus spawnen, dass wir auf jeden Fall am Tag am Start sind und spielen wieder eine Hauptmission. Also, du musst noch bestätigen, glaube ich, ja, perfekt. Denke ich wahrscheinlich noch, geht es da jetzt nicht weiter. Aber wir sind ja zu zweit unterwegs. Da unser Heli, den habe ich mir auch geleistet. Ich glaube, den habe ich letztens noch gar nicht gehabt. So, wir machen weiter. Ich zeige es euch ganz kurz drinnen, die Mission. Na, wo haben wir es? Da haben wir es. Hier haben wir die Hauptentsätze, da drüben. Lieutenant Colty Walker, da gehen wir dann noch rüber. Das wird auch sicher noch lustig. Jetzt müssen wir aber bei Christina Cromwell noch hier alles fertig machen. Kadel, Paula, wissen wir, glaube ich, auch noch. Da unten ist noch ein Fragezeichen, also da haben wir noch einiges zu tun. Nebeneinsätze, ja, das bleibt nochmal daneben. Gut, ab zum Heli. Ich setze mich mal als Pilot, ne, nicht Schütze. Als Fahrer rein, kannst du fahren als Schütze? Ja, genau. Und wir fliegen mal, warte mal, warte mal, haben wir da jetzt zwei Punkte? Tschüss gehört. Marzio. Boah, ja. Ja, wurscht, wir fliegen gleich weg. Das macht nichts. Ob heute ist drei Punkte auf der Fall. Ja, ja, ich glaube, die kommen da nicht hoch. Oder müssen wir drei. Ach so, wir müssen überhaupt drei Punkte. Aha, okay, na egal. Ja, wahrscheinlich müssen wir da wieder irgendwie, na ja, leicht links, die müssen wir. Ja, du fliehst, die ICM. Ah, ja, ja, dir, genau. Schauen wir mal von den Kilometer, zwölf, nö, der 2,8er fliegen wir mal drüber, genau, perfekt. Müssen wir schon drei Punkte jetzt abfliegen. Na, ich hab wieder richtig Bock mal auf das Spiel. Ja, doch, macht Spaß, wieder mal zwischendurch. Da war. Da unten ist ein Biwak, das nehmen wir gleich mit. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Updates gekommen sind, seit wir das letzte Mal, ob überhaupt was gekommen ist, keine Ahnung. Ich glaube, bei mir hat er gar nichts abgedatet, weil ich hab das Ubisoft sonst nie gestartet inzwischen. Ich hab selbst bei Ubisoft, wie gesagt, gekauft, das Spiel an sich, aber ich muss ja nicht mehr runterladen, wie es seltsam. Das wird dann erst wahrscheinlich im Februar mit dem neuen Kapitel oder so dann kommen, oder wann auch immer das kommt. Ja, ich dachte eigentlich schon Mitte Januar, aber keine Ahnung. Okay, dann vielleicht ist da praktisch jemand im Anflug. Ja, ich hab da jetzt auch keinen Plan, ehrlich gesagt. Ja, während du fliegst, kann ich sonst mal. So, befreien gelangen zu. Okay, wir sind aber 51 schon da, ich geh mal in Landeanflug langsam. Ja. Beziehungsweise hier gibt's irgendwo die Kiste gleich noch zum Mitnehmen. Dann laufen wir da runter, genau so machen wir das. So, ich steig mal raus. Weiß nicht, ob wir da gleich irgendwie mit dem Hubschrauber alles niederschießen sollten, da unten. Keine Ahnung. Aber nachdem wir die Wissenschaftlerin bef... Oder? Warte. Die Wissenschaftler befreien, ne? Wenn wir da befreien müssen, sollte man vielleicht nicht extrem mit die Raketen gleich mal anfangen. Dass wir da nicht die Mission scheitern lassen. Neue Boots. Oh, scheiße, warte, hinliegen da. Irgendwann du es jetzt. Ich liebe es, ich bin genau im Menü, so, ich bin unten. Achso, ja, da ist irgendwas. Aber jetzt, wenn ich jetzt lüge, geh ich... Ah, das ist heiß, hevig. Geh ich jetzt immer, lege ich mich immer hin. Ja. Achso, da haben wir ein... What? Achso, du bist da oben. Ja. Achso, das war so. War bei dir ein guter Loot drin, oder? Ah, du hast noch gar nicht geöffnet. Oh, ja, ich bin schon da, warte mal. Schuhe. Geschwindigen Austausch, Geschwindigen Lebens... Plus 5. Oh, ich lasse mir, ne, wie Bonus drin. War jetzt nicht so berühmt, aber meine ersten goldenen Freunde habe ich auch schon. So, dann... Ach, da, neue Klassen sollen doch auch kommen, da, Felsern, Tieter Sturmsoldat, da hieß es auch mal, da käme noch mehr. Oh, warte, da höre ich irgendwas. Das ist schon eine scheiß Drohne irgendwo. Glaube ich. Na jetzt... Doch, da ist irgendwo nichts was. Ja, es gibt auch so Drohnen, die sind aber nur... So, ich höre, sage ich was. Ah, da ist eine Transportdrohne, wo flicken die? Die könnt man gleich fast... Achso, die macht gar nichts, oder? Nö, nö, die transportiert noch irgendwas, glaube ich, soweit ich das weiß. Achso, so. Okay, vielleicht sind wir doch ein bisschen weit weg gelandet, aber... Ah, geht schon, wir sind schon da. So, also, den Vorsprung da, würde ich sagen. Da werden wir mal unsere Drohne laufen lassen. Ach, du scheiße, nein. Was mache ich? Oh, nee, warte. Macht's ja, was? Ja, ich wollte rausfinden, wie die Drohne schon wieder... Ich weiß nicht mehr, wie ich die aktivieren muss mit dem Controller. Das müsste Steuergras nach oben sein. Nein, dachte ich eigentlich auch, oder geht das nicht, wenn ich mich schon gelegt habe. Also, meine geht gerade. Bist du noch am Leben, oder bist du tot? Ne, ja, ich lebe noch. Ah, okay. Ah, ich könnte eine Schnellreise zu dir machen. Okay, kannst du zu mir auch machen. Ach, du scheiße, ja, ich... So, ich decke mal hier entspannt auf, die Leute, dann können wir... Obwohl, warte mal, ich habe... Pass auf, warte mal, warte, 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 hier habe ich viel was besseres. Wobei, Drohne kriege ich XP. Aber ich habe diese Sensor-Dinge auch mit. Na, okay. Und die Simultanschuss. So, da steht noch irgendwo einer. Ah, jetzt geht die Drohne plötzlich, warum auch immer die vorher nicht gegangen ist. Da steht noch wer. Äh, wo bist du überhaupt, warte mal. Da steht auch einer, da, leicht vor dem Vorsprung, vor Ziel. So, ich habe mal alle. Da oben ist Loot, das passt. Scharfschütze am Dach, warte, den hole ich mir gleich. Ja, und mal schauen, ob es noch so ein Informations-Heini hat, aber wahrscheinlich... Nö, so ein WLAN-Heini ist Gott sei Dank hier gerade keiner am Start, habe ich gesehen. So, Sniper habe ich mal. Ah, warte, warte, du musst ein bisschen besser absprechen. Ja. Also, aufklärt habe ich mal grundsätzlich alle, glaube ich. Ich gehe mal ein bisschen auf die rechte Seite. Ja, okay, dann gehe ich mal links. Ah, warte mal, da sind ein bisschen ein paar Leute. Der redet da mit dem, den kein... Uh, der eine dürft... Uh, der mit dem Kreis, der ist, ist der von uns, oder was ist mit dem? Nein, nein, Kreis ist Zivilist, nicht auf den schießen. Okay, ja. Kreis ist Zivilist. Okay, ich habe... Ich glaube, du bist links am Schießen, du meinet er ab. Ja. So, den habe ich auch, passt. Ab, da ist noch irgendwo, einer, und beim... Ah, da steht er. Im Haus, hinten ist es auch noch. So, den habe ich auch. Ist noch einer, ich glaube. Den habe ich beim Haus, den habe ich. Okay, passt, ich glaube, dann haben wir alle. Ich nehme mal sicherheitshalber die... Uah, uah. So, geh mal das her. Da ist der Typ von uns und irgendwo, warte, ich gehe mal die Kisten einsammeln. So, da gibt es eine Info, die nehme ich auch gleich. Jetzt komme ich nicht da raus, hallo. Da ist der Trainingsraum. Billardtisch, cool. So, da werden wir dann... Ah, mit ihr müssen wir reden, das machen wir aber gleich. Warte, da sollen wir als erstes alles ein. Noch nicht reden mit der, gell? Ja, ne, ne. Ah, du hast die Info, okay. Das war nur die Schatzküche, die Info drauf. So, ist das schon alles? Handschuhe. Moon. Ich glaube, das war's. Da können wir dir unten plaudern, würde ich sagen. Ähm. Also hast du auch nur zwei Kisten gesehen, oder? Ich habe erst, glaube ich, sogar einiges gesehen. Also oben ist eine und da unten. So, die ziehen wir gleich an. Wo ist... Oder habe ich die unten jetzt schon gehabt schon? Ich weiß gar nicht, ich bin ganz verwirrt. Wo war noch eine Kiste hier unten? Die oben habe ich. Äh, unten ist eine. Warte, ich komme wieder raus. Da. Ah, oder war das... Da war nur eine Info, wahrscheinlich. Ja, das war nur eine Info. Bas, da können wir mit der... Da haben wir hier sprechen kurz. Wo ist sie denn? Da ist sie jetzt. Hallo. Ah. Gut. Sie sind unverletzt. Dann holen wir sie mal hier raus. Ich gehe nirgendwo hin. Und warum sollte ich verletzt sein? Verdammt. Sie waren doch Flycatchers Geisel, oder? Ganz im Gegenteil. Ich habe selten jemanden getroffen, der meine innovativen Fähigkeiten so sehr schätzt. Und noch seltener jemanden, der sie angemessen entlohnt. Mit anderen Worten, Flycatcher hat sie dafür bezahlt, seine Drohnen zu verbessern. Was soll das? Sie scheißen auf all die Unschuldigen, die darunter zu leiden haben? Fortschritt ist wie eine Waage. Damit der eine gewinnen kann, muss jemand anderes verlieren. Ich habe die Regel nicht gemacht. Fortschritt ist kein neues Spiel. Ah, was nimmst du? Ich habe das Obersteck noch mal. Ich diskutiere nicht mit Höhlenmenschen über Ökonomie. Tja, seit Menschen verletzt wurden, haben sich die Spielregeln geändert. Jetzt mache ich die Regeln. Und nun, da es um ihr Leben geht. Wollen sie immer noch spielen? Oder sagen sie mir, wo Flycatcher ist? Er testet die neuen Drohnen. Irgendwo im Sperrgebiet 1. Mehr weiß ich nicht. Mhm. Neuer Hinweis. So. So, da ist eine Insel. Okay. 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 Jetzt ist die Schaffer befreien. So, ich zeige mal die Map hier. Ok, ist abgehakt, passt. Ne, 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 ne. Da müssen wir... Fletcher... War das gerade? Flycatcher. Ja, Flycatcher. Ja, Flycatcher. Ja, ja. Den habe ich da markiert, das müsste der sein. Wo? Ab zum Heli, oder? Oder beamen uns immer schneller, wenn wir uns hinbeamen? Nein, der Heli müsste wieder rauflaufen im Berg. Ah, ja. Warte mal. Raus machen wir. Oder da mit Auto rauf zum Heli. Auto legen noch kein Credits. Ach du, ja. Warte, ich komme rauf. Geiler Spruch. Äh, ok, da nüterst du. Ne, ne, die, die... Das hätten sie... Warum haben sie die, die, die Dreiecke bei den Feinden nicht wieder rot gemacht wie beim Wildlands? Das ist, wie gesagt, viel... Ja gut, es ist wieder orange Ding und rot ist dann, wenn es aggro sind. Aber das sieht man ja beim Kreis. Aber so aus Übersicht wäre das, wäre das so Ding schon besser. Da hätte man nichts gemacht, eine kleine Ding und ich höre 13 Minuten vorbei. Das geht immer unfassbar schnell. Deswegen bin ich da immer gerne im Stream normal, aber das Stream geht ja nicht immer wissen. Ah, die Grafik ist sehr schön hier auch. Jo, 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 jo. Muss ich sagen. Ich spiele jetzt auch in... Du auch schon in 4K, ne? 1440 nehme ich auf und lasse dann hoch. Ja, die QAD... Also... Und QAD mit Ultra-Einstellungen, dann habe ich über 60 Frames. Also, ja. Ansonsten habe ich ab und an ein bisschen Einbrüche, aber ich könnte theoretisch schon, aber... So einen riesen Unterschied sehe ich eigentlich gar nicht. Ja. 1,8, damit wir rüber. Fleck HR. Ja. Aber über die CPU streamen, das wäre kein Problem, also... Die CPU ist bei mir irgendwie bei 15% oder so, also... Das ist geil auch. Ja, das ist... Ja, irgendwann muss ich auch einmal einen neuen kaufen, aber... Eigentlich geht es noch, also... Von dem her. So, dann nehmen wir noch kurz die Biwak mit, wenn das gleich daneben so angeboten raucht. Ja. So eine Drohnenabschufsstation ist da vorne schon wieder. Ja. Und die... Chinesische Wand, also... So haben wir den, ja. Ach du Scheiße. Ich glaube die starten gerade, oder? Schauen wir uns das an. Ja. Ja. Da drüben hat es noch einen. Rechts. Ja. Jetzt geht das auf. Und weg sind es. Ja. Jetzt sieht der Effekt, schaut cool aus. Ähm. Ich würde fast sagen, wir werden uns da... Da müssen wir hin zum... Ja, zum Turm. Im Turm, der dringend... Okay, Aufklärungsdarm. Okay, wir müssen nochmal in den Turm. Okay, das heißt... Boah, das war groß... Viel zum Aufklären. Irgendwie. Tja, gut, da oben wäre zwar... Hm. Ich würde überlegen, wo wir landen. Da unter uns ist eh keiner. So gibt es hier wieder... Ah, da sind Bäume. Das ist schlecht für die Rothaubblätter. Haben wir da bisschen außerhalb. Ach, da sind wir in Notfall wieder... Weg können. So, landen wir da mal. Ich frage, ob wir mit der Aufnahme hier noch komplett alles machen. Aber gut, das wäre ja eigentlich wurscht. Nehmen wir... Bittl zehn Minuten haben wir doch, sag ich grob. Vielleicht schaffen wir es ja. So, dann nehmen wir gleich die Kiste mit. Ähm... Falsche Taste. Ja, das ist ich. Kommen wir. Goldene Stiefel, nice. Mein erster... Erster goldene Loot. Warum kommen wir jetzt immer in das... Das Inventar da rein und nicht, wo ich hin will eigentlich. Das ist ja auch merkwürdig. Und dann bin ich hier. Naja. Ja, goldene Stiefel. Widerstand gegen... Widerstand gegen... Gut. Na, vielleicht können wir aber wenigstens bis zu den Turm noch vordringen. Ist das grad ein Fehler bei mir, oder sind bei dir die Bäume auch so... ...mit so grünen Moos... ...bewachsen? Ähm... Oder ist das bei mir grad irgendwie... Alle nehmlich? Ah, okay. Ja, genau gleich. Ja, ja. Ja. Ganz viel Moos. Ich versuch drücke, ja, sieht man. Ja, warte, wo ist jetzt eigentlich der Ort, wo wir hin müssen, ne? Ah, da oben. Ja, ich seh schon. Da ist der Turm, ja. Hä? Was zeigt denn man da an? Oder ist das eine Markierung? Kannst du dich... Ah, vielleicht hab ich ausversiehen ne Markierung gemacht mit der Drohne. Ah, das kann sein, ja. Ah, ich lieg mich mal hin. Ah, jetzt. Ist der überhaupt wer? Da ist ja gar keiner, oder? Eine Drohne hab ich vorhin mal gesehen, aber ansonsten... Oder dreh du mal da runter mit der Drohne, ich geh da mal einmal, solange ich keinen seh. Ja, ich seh Drohnen. Ich seh Drohnen. Okay. Uh, da ist die Blaupause, da müssen wir uns dann auch holen. Ja, ich seh auch Menschen. Okay, aber es ist ganz ehrlich gar so viel los. Uh, da hat's aber auch so fette Drohnen, die so rumfahren, so Fahrzeugdrohnen. Uh. Okay, da. Die könnten schwieriger sein, aber keine Ahnung. Puh, da brauch ich vielleicht ein schweres Geschütz. Dann müssen wir schauen, ob wir das machen. Auf jeden Fall müssen wir mal da rauf. Kann ich da, kann ich da? Genau, schau du einmal, kann ich da rüber gehen? Da ist irgendwo keiner auf, also irgendwo in der Nähe vom Turm sind doch nicht alle aufgeklärt. Okay, die stehen da oben. Okay, das könnte passen. Ich geh mal weiter. Uh, da fliegt ne Drohne, ach du Scheiße. Warte, ich hab hier die fette Sniper mit, vielleicht kann ich den, die Drohne jetzt so mal eliminieren. Ohne dass man mitkriegt, oder soll ich voraus die Infos holen? Ja. Hm. 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 Also ich glaube um den Turm herum bin ich eigentlich das meiste. Die stehen nur oben drin oder? Dann geh ich da mal, warte ich schau mal weiter. Weil dass ich mir die Infos gechillt holen kann. Die Drohne kann ich mir da noch immer holen. Da drüben liegt eine Kiste. Seht mich die Drohne? Ich bin mir nicht sicher. Da unten ist so ein... Nehmen wir da gleich noch mal die Kiste mit. Da laufen ein paar da unten. Ja ok. Ohohoho eine goldene Skorpi. Ja nice. Ich könnte den, ah den Granatwerfer hacken. Aber vorher geh ich mal rauf und hol die... Check mal die Infos. Wo gehts denn da rauf überhaupt? Ah hier ok. Das ist ein Mann in der Halbtraum. Hallo Kameraeinstellung. Ist bei dem... Mörser in der Nähe noch irgendwer? Oder probier du ihn? Ja beim Mörser sind glaube ich zwei. Ok na warte lieber. Weil wenn der Alarm losgeht, dass der Mörser nicht auf uns schießt eventuell. Diese Ezreal-Dromen sind echt nette gefährliche Spielzeuge. Die sind die Fenster noch wunderschön mit dem Flügel. Die Kabel sind tot und zu stehen. Da steht der. Da steht der. Der steht da. Na ernsthaft jetzt? Wie schnell soll ich denn bei dem sein da? Ach Gott. Das ist ja behindert. Das ist super. Jetzt ist die ganze Scheiße hier am Trumpen. Ach du Scheiße. Aber bist du drin? Ja ich bin nicht drin. Du bist drin oder? Ja da kann ich nichts machen. Ich könnte rechtlich da warten. Soll ich da rauf spazieren und alle so... Ja aber das ist ja... Das ist ja behindert. Ja. Soll ich auch versuchen hochzukommen? Aber ich glaube das wird schwierig. Bei den Schalli schrauen wir gleich einmal runter. Na bleib oben Bernie. Ja ja ich bleib oben. Die Kampfdrohnen sind nicht so lustig. Nein. Ja die sind nicht so blöd. Laufen der eine nach dem anderen rauf. Naja. Gerade da unten ist der Funkhaine. Wow. Ja ich hab keine Ahnung. Ich werd von allen Seiten... ...geschossen. Ah den Funkhaine ich sehe glaubst. So ich bin fast schon unten beim Eingang. Dann räumen wir einfach mal alle weg. Boah ich rutsche gerade irgendwo runter. Ich flüchte gerade komplett von hier. Das sind viel zu viele. Ja da draußen fährt noch das Ding. Ja vielleicht sollte man das auch leise machen. Aber keine Ahnung. Ich hab den einen abgeschossen und hab mich nur umgedreht und wasch den Alarm. Ach. Ah macht nix. So gehts eigentlich noch. So lange mal nicht die Munition ausgeht. Oh das ist die Drohne. Fuck. So. Ja. Jetzt machen wir schnell den Loot. Zack. Eine goldene... ...LMG hier. Jawoll. Stell ich mal nachher. Ah wie kann ich die Schulter wechseln? Weißt du das? Oh die Schulter. Boah wie geht das? Ja. Ach keine Ahnung. So W-Lan Haine ist mal tot. Aber jetzt ist ja schon wurscht. Schau wie viele da liegen vom Eingang. Ha ha ha. Puch. Siehst Kontakt. Feindliche Einheiten. Das machen wir jetzt noch fertig in der Aufnahme. 25. Da liegen sie alle. Ja der Mörser ist aktiv oder? Reuchert sie aus Leute. Lauf! Dann fahren da noch die komischen Dinger rum. Ja die müssen noch irgendwo sein. Wobei ich hab glaube ich nur ein oder zwei von den Dingern gesehen. Da hol ich mir dann einen LMG. Ah der fährt da. Dahinten ist der Mörser. Der fährt hier ganz crazy spazieren. Ja da gibt sicher ein bisschen eine Gegenmaßnahme gegen den aber... Ich glaub zu Fuß ist fast keiner mehr oder? Verschwunden. So pass auf. Jetzt hol ich mir mal. Das... So komm ich da erst einmal in das komische Menü. Ich starte ein Sniper. Dieses neue LMG. Schaden an Drohnen. Ja das ist ja perfekt. Da hab ich jetzt genau das richtige am Start, Freunde. Aber diesen Roboter könnte ich jetzt mal... Vielleicht... Jetzt hab ich die falsche Waffe in der Hand. So den... 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 Ja... Achso haben wir beide drauf geschossen. Der schießt da noch. Ja der Robot hat immer so ne Schwachstelle. Der hat immer... Ja ich weiß... Ja das was leuchtet ist glaub ich drinnen. Ja genau. Das hab ich schon. Hab ich schon. Ach du Scheiße. Was? Du hast die alle umgebracht. Da liegen noch alle oder? Im Nadelöhr hier. Hehehehehehe. Tja. Ja ein bis zwei sind immer gekommen und ja. So... Der Mörser ist auch aus oder wie? Gut dann... Da drüben gibt es noch ne blaue Base. Würde ich sagen looten wir schnell alles noch. Jaja. Ähm... Und ich würd fast sagen den nächsten... Hast du oben das schon gemacht wo wir machen mussten oder? Die Infos hab ich schon ja. Obwohl... Ah warte da zeigt man doch was an oder? Warte mal. Warte... 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 Im Turm? Ich hab doch die Aufklärungsdaten. Warte ich... Bin doch gerade da bei dem... Ich komm nochmal zurück. Warte. Ja looten wir mal alles erst. Also mal das eine. Und dann schau ich nochmal rauf. Irgendwie... Hä? Bin ich blind? Wo steht die Kiste? Ah hier. Ein Brett. So. Wo ist dieses blaue? Die blaue Base die liegt da oder? Jawoll. Nice. Warte. 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 Ok. G28. Guuuut... Wo ist der... Turm dahinten? Ich schau nochmal rauf. Dann hab ich anscheinend die falsche Information und dann nicht eine Hektik wies los gegangen ist. Marcio steht da noch ganz entspannt, ich lauf noch mal kurz rauf. Willst du das unten mal looten? Ja, ich loote mal alle Kisten. Da am Laptop, ich habe irgendwas falsches genommen in der Hektige. Achso, ja. So Freunde, das nehmen wir jetzt noch mit und dann... Zack. Haben wir schon neue Infos, 14, 12, da sind die anderen zwei. Schauen wir noch kurz auf die Map. Und dann schauen wir mal, ob wir im nächsten Part dann schon einen Beiketscher finden. Das, ja, jetzt müssen wir da auf eine Insel, okay, die ist eh nicht weit weg, oder ne, da rechts von uns. Perfekt, Freunde. Ja, ich würde sagen, im nächsten Part werden wir uns dann... Den werden wir jetzt noch auf jeden Fall mal aufnehmen, würde ich sagen, zum zweiten. Ja, auf jeden Fall. Und dann können wir hoffentlich das da drüben noch abschließen. Hoffentlich. Wieder so ein knappes halbes Stündchen. Der zweite Part wird jetzt ziemlich zügig kommen, weil den werden wir auf jeden Fall jetzt noch aufnehmen. Ich und Marcio bedanken Sie schon mal fürs Zuschauen und wir treffen uns dann im nächsten Part dort drüben. Ja. Auf der Insel. Danke dir. Bis zum nächsten Part, ja. Danke Marcio und ein Tschüss hier vom Tower, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.